recht herzlich willkommen zur 194 folge von towns ja unser haus ist noch nicht fertig oder doch sie haben die beiden dinger schon gesetzt alles klar dann ist das erledigt dann haben wir da auch eine etage mehr die frage ob wir mehr zimmer brauchen wir haben 62 leute nähe ich glaube auf keinen fall 6 18 12 14 16 18 20 22 24 28 39 32 34 36 37 hier auf der etage 38 39 40 41 45 49 53 53 18 61 warte dahinten noch welche nein nein 61 29 52 34 65 67 67 70 76 und 9 sind 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 und ein zimmer 100 über 100 leute können wir herbergen das spiel ist in pause muss ein angraf sein oder so ok da kommen welche dann lassen wir die laufen und dann können wir mal gucken wo die hinlaufen oder wo die langlaufen aber die gehen durchs haupttor weil das haupttor geht ne ja kurz warten bis die los marschieren oder alle umlaufen vielleicht auch noch lang jetzt müsste man eigentlich unsere soldaten hier patrouillieren lassen oder oder gibt es nur welche die noch nicht mal alle was anhaben oder wie sehe ich das sind die helden ne ok immer hier unsere patrouillieren ja die haben alle was an die auch der patrouillieren ja die auften sind also die andere truppe ok die sind schon durch das ist zu spät die laufen auf direktes natur rein es gibt auch keiner der woanders lang geht. Da wird es kräftig gekämpft. Okay, da wird es Tote geben. Gehe ich von raus. So gut sind die dann doch nicht, oder? Obwohl... Ja, da war er jetzt geschlagen, einer der Soldaten. Aber verdammt lange ausgehalten, muss man sagen. Okay, und ich glaube jetzt am Tag- und Nacht-Zügler gibt es noch zwei. Das können wir jetzt wegmachen. Achso, dann müssen wir noch da hin, damit das auch weggemacht wird. So, jetzt fällt sich über die Frage, wenn wir die Truppen haben, warum haben die anderen keine Truppen? Truppe Südwest-Tor. Sind noch sechs, okay. Das heißt, die zweite Truppe hatte Ningens verloren. Den Soldaten. Gucken wir doch mal schnell rein. Und nicht noch einen Topmann beim Essen haben, oder? Hier ist doch schon unser Mann. Convert-Soldier, ja, haben wir gemacht. Und den stecken wir jetzt hier rein, ne? In Truppe 2. Äh... Nord-Tor. So, Truppe Nord-Tor haben wir jetzt. At Patrol Point. Ja, jetzt geht's. Alles klar. Das war das Problem. Gut, das erledigt haben wir. Ja, 61 Leute. Wir haben 64 Happiness. Das muss mehr werden. Aber hier läuft alles. Wie sieht's überhaupt mit Essen aus? Äh, ne, da. Aber Rot ist ein bisschen knapp. Äpfel und Bier. Nama. Dafür gibt's auch Kuchen. Bananen. Arischen. Rot ist ein bisschen knapp, ne? Könnte mehr sein. Naja, okay. Gehen wir mal ins Untergeschoss noch. Da haben wir noch eine Etage tiefer. Da sind wir auch am unteren Ende. Jetzt sollte man da mal was aushebeln, oder? Wo geht's noch runter? Muss hier irgendwo sein eigentlich. Da, ne, oder? Ja, da kommt die Treppe runter. Dann geht da die nächste runter. Und dann machen wir da dicke Leather. Und dann machen wir nur dick. Dann gehen wir auch noch eine Etage tiefer jetzt, oder? Läuft oder ist sie? Nein. So. Jetzt die Frage, wann die kommen, ne? Da ist ein Held. Ja. Ja. Da ist die Frage, wann da was passiert. Da kommt noch ein Held runter. Da ist hier dann schon alles entdeckt. Sieht so aus. Na, okay. In den Zwischenräumen wird natürlich noch reichlich sein, gehe ich von aus. Ah, ne. Hier ist auch noch nicht entdeckt richtig. Na denn... Machen wir erstmal hier noch eine Ecke frei, ne? Dann geht da auch einer bestimmt lang. Da müssen wir abwarten, bis da wer kommt. Das ist Kupfer oder das Erd, oder? Ne, das ist auch Kupfer. Held kommt wieder. Oder Helden kommen wieder. Meine Leather machen wir da immer noch. So, klappt da was. Wo geht's hier jetzt weiter hoch? Da hinten, okay. Hm, geht keiner runter, oder? Die holen gerade Steine. Sehr interessant. Hm. Da geht jetzt einer runter. Aber nicht noch runter. Jetzt wird hier abgebaut, okay. Ja, da hat man für die Lampen neue Wege gemacht, ne? Da passt ja irgendwas nicht, ne? Jo. Deko, Kerzen, Kerze. Was ist denn hier so richtig? Ja, ne? Ja, da muss hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kerze, oder? Ja, hier passt es auch nicht an, oder? Hm, ist ja auch toll, ne? Ja, die Kerzen stehen richtig. Nur die, die das aushöhlen, die stehen falsch. Na, hier ist noch nichts passiert. So tief möchte noch keiner gehen, oder wie? 12 Soldaten, 61, A76, das ist kurz vorm Anstieg gleich. Ja. Hier ist auch noch nichts passiert. Ich möchte noch keiner was tun. Hm, die Kerze ist auch noch nicht gekommen. Ist jetzt eine Spielpause? Nein. Man sieht schwach gerade aus, ne, oder? Friedhof ist auch nichts mehr los. Ja, was willst du da noch machen hier? Das Wasser können wir auch nicht eindämmen. Hier ist noch nichts passiert. Da auch noch nicht. Keiner möchte da unten was aufbauen. Da ist einer runtergelaufen. Die laufen noch tiefer. Noch tiefer. Und die laufen noch da unten. Und holen Steine. Ja, du glaubst es doch nicht, oder? Ja. Hammer. Der hätte den Stein gelegt, oder was? Ja, läuft, oder? Der weiteste Stein wurde gerade weggeholt. Es gibt bestimmt in den Etagen hier überall noch Sachen, die man holen kann. Aber nein, sie gehen bis nach ganz unten einen Stein holen. Da kommt der nächste den Stein holen, oder wie? Er holt hier jetzt einen weg. Super. So, jetzt geht er bis zur Treppe und dann fällt ihm auf, dass er Hunger hat. Und dann lässt er den Stein legen und geht wieder hoch. Ne, doch nicht. Wieder jemand runter. Noch einen Stein holen. Ja, einen von diesen. Läuft, ne? Hammer. Das sind dann die weitesten Steine, die hier entfernt sind wahrscheinlich, oder? Läuft richtig gut hier. Läuft richtig gut hier. Läuft. Das ist ein Held. Hier wird nur abgebaut. Wo sind sie denn zu Gange? Hier nicht. Okay, da. Ja. Der macht einen Durchbruch. Ah, sind beide zu Gange. Okay. Ah, das glaubst du doch nicht, ne? Ein Stein macht er nicht und jetzt geht er woanders hin. Hammer, oder? Okay, und können sie da hochzeit feiern. Der ist auch gemacht worden. Gut. Okay, hier geht's weiter. Spiel in Pause. Aktion gefordert. Angriff. Ja, paar Schleime. Können wir gleich so laufen lassen, warum wir uns keinen Kopf drum machen, ne? Können wir hier weiter gucken, ne? Wie schön die das hier machen, die drei. Laufen sie alle drei rum von der anderen Seite das zu machen, oder wie? Ja, und der pendelt jetzt immer hin und her, oder was? Beide hauen ab. Sag jetzt nicht, sie wechseln die Arbeitsplätze. Der eine auf jeden Fall, das ist ja krass, oder? Statt hier weiter zu machen, geht er da ein. Du glaubst es nicht. Ist der Hammer. So, jetzt fehlt nur noch ein Stein und den lässt er gleich über, oder? Doch nicht. Geht's jetzt hier weiter, oder wo? Tatsächlich? Haben wir da einen Angriff, oder? Was ist passiert? Okay, jetzt wollen sie es aber wissen. Jetzt können wir da auch mal beobachten, wo die langlaufen. Ob die einen anderen Weg noch finden, als wie durch das Tor. Eigentlich müssen sie durch dieses Tor gehen, am Norden. Oder M 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 Norden. Achso, wir hätten ja einen Petrol Point machen müssen, ne? So marschieren. Alle da lang, ums Wasser rum müssen, auch noch. Okay. Dann lass uns schnell noch hier einen Petrol Point machen. Ich weiß nicht, wie wir von den Soldaten da hin schaffen. Zwei. Wahrscheinlich drei. Ja, okay. Sie kommen mehrere. Und dann kriegen wir sie gut kontrolliert hier vorne schon. Das ist schon mal was. Ja, da ist schon einiges passiert, ohne dass so viele durch konnten. Gut. Die ersten Spinnen werden hier schon abgefangen. Es kommen sicherlich welche durch, dafür sind es zu viele, aber wir können hier einige erwischen. Okay. Ich denke auch, dass wir hier die Punkte jetzt wieder weg machen können. Wollen wir da jetzt noch ein Tor oder nicht? Ein Patrollpunkt. Hier geht es unten noch weiter. Alles klar. Alles klar. Jetzt haben wir es aber weg. Gut. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen hier erst einen Stopp in der Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch noch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.